Hallo, ich bin der Julian und heute haben wir endlich das HTC One hier im Unboxing für euch. Das Gerät wurde gestern einem Bekannten schon von O2 zugeschickt bekommen und damit ist er wohl einer der ersten in Deutschland, der das Gerät überhaupt in den Händen halten darf. Also, ja, wenn man es eben als Kaufversion, nicht als Testgerät. Wir haben das wirklich ziemlich schicke 4,7 Zoll Full-HD-Display verbaut mit 230 GB Speicherplatz, 2 GB RAM und dem neuen Qualcomm 600 Quad-Core-Prozessor mit 1,7 GHz und damit ist es, glaube ich, auch eines der ersten Geräte auf dem Markt, die überhaupt diesen schnellen Prozessor verbaut haben. Ja, wir schauen uns mal kurz die Verpackung an. Das ist die Verpackung, wie gesagt, von O2 mit den Beats-Kopfhörern drin, die schon alleine nochmal 100 Euro kosten. Wir haben hier eine ziemlich flache Verpackung, die ist aber aus irgend so komischem, ich würde mal sagen, komplett Papier, das heißt, die ist auch komplett recycelbar vermutlich. Wirklich schick, dass da HTC mitgedacht hat. Wir haben hier vorne, wie gesagt, das wirklich schicke Gerät drauf mit der vorderen Rückseite, das Beats-Logo natürlich auch noch. Seitlich haben wir nichts, an der Unterseite nur die Seriennummer, an der Oberseite ebenfalls nichts und links auch nichts. Unten noch kurz ein paar technische Daten, dann sehen wir auch schon, wenn man ganz nah hinschaut, 98% recycelbar und 76% schnell nachwachsend, also wurde wirklich auch an die Umwelt gedacht bei der Verpackung. Gefällt mir sehr gut auf jeden Fall. Hier oben haben wir noch kurz was zu den technischen Daten, das heißt, wie gesagt, den natürlich Android-Betriebssystem mit dem neuen HTC 5, den Qualcomm Snapdragon 600 Prozessor, Micro-SIM-Slot haben wir hier, 32 GB Speicherplatz, und so weiter und so fort, natürlich auch den HTC Boom Sound, der besonders lauten Sound liefern soll und auch die HTC Ultra-Pixel-Kamera, die, ja, ziemlich gute Bilder machen soll. Das werden wir natürlich noch alles rausfinden. Jetzt schauen wir uns erstmal drin, wie die Verpackung denn so von innen aussieht. Wie gesagt, die Verpackung wurde schon einmal geöffnet, aber hier haben wir jetzt das gute Stück, das ist dann hier eben auch auf so einem kleinen Papier hier, ja, draufgelegt, ganz einfach, ohne irgendwas sonst. Wenn wir kurz weglegen, dann haben wir hier den ganz normalen HTC Stromadapter mit USB, der hat hier eine Ausgangsleistung von, ich muss mal kurz schauen, 1 Ampere, genau, also dauert wohl einige Zeit, um das Smartphone zu laden, da hätte man auch einen 2 Ampere Adapter reinmachen können. Hier haben wir noch ein paar Adapter für die Beats-Kopfhörer, die natürlich hier links noch beiliegen, dass man da auch wirklich eine passende Variante findet. Dann haben wir noch Micro-USB-Anschluss, USB-Kabel, hier eben wie gesagt die HTC Beats-Kopfhörer, die ja allein schon einen Wert von 100 Euro haben, liegen hier in der O2-Version ebenfalls bei. Dann haben wir noch einmal ein kleines Tool, um die SIM-Karte zu entfernen, auch nicht schlecht, benötigt man natürlich. Dann haben wir hier noch Garantie-Inweise, auf allen möglichen Sprachen, wie ich hier gerade sehe, dann noch kurz, wie man die SIM-Karte auch einsetzt. Und was haben wir hier genau, auch noch auf mehreren Sprachen, hier noch einmal Aufkleber mit der Seriennummer und unten nochmal allgemein ein paar schicke Zubehörteile von HTC, wie zum Beispiel das Media-Link oder auch das Double-Flip-Case, mit dem man das HTC One eben so hinstellen kann. Hardshell, Double-Dip-Case, also hat HTC wirklich an alles gedacht. Und ja, das war es im Prinzip von der Verpackung. Dann alles mal wieder hier rein. Schauen wir uns das Gerät mal an sich an, das wir hier so ganz einfach rausnehmen können. Und wir sehen hier wirklich das ziemlich schicke, ich zoome mal ganz kurz rein, das ziemlich schicke 4,7 Zoll Full-HD-Display, ist also wirklich im Vergleich zum Nexus 4, ja, im Prinzip fast gleich groß. Wir haben hier, glaube ich, eine identische Displaygröße beim Nexus 4 und beim HTC One und ist dann dementsprechend auch fast gleich groß. Das HTC One ist ein wenig höher, aber von der Breite sind beide fast identisch. Ja, dann schauen wir kurz nochmal an, was das Gerät alles so bietet. Die Kenner werden das schon wissen. Wir haben hier einmal die Rücktaste, einmal das HTC-Logo hier unten und die Home-Taste, die entsprechende Multitasking-Taste fehlt hier. Dann hier oben nochmal alle möglichen Sensoren, vermutlich ein Annäherungssensor, ein Helligkeitssensor. Dann die Frontkamera mit, muss ich kurz mal nachschauen, wie viel Megapixel mit 2,1 Megapixel und ebenfalls HD-Video-Funktion und auch ein Weitwinkelobjektiv. Das heißt, man kann hier ziemlich viel durch die Frontkamera auch schon einfangen, wenn man zum Beispiel selbst von sich und seinen Freunden Bilder machen will. Dann haben wir hier links oben den SIM-Slot, ziemlich klein, aber der wird natürlich noch benötigt. Dann haben wir unten nichts, also kein Kamerabutton, leider hat man hier nicht dran gedacht. Dann haben wir an der Unterseite rechts angebracht den Micro-USB-Anschluss, das war ja HTC-mäßig eigentlich immer links oder rechts, hat man jetzt an die Unterseite verbrachtet. Finde ich persönlich eigentlich auch besser. Dann rechts noch Notalizer-Tasten, auch in einem schönen Alu-Gehalten, beziehungsweise eine Alu-Optik, weiß gar nicht, ob das Alu ist. Aber wie gesagt, auch hier kein Auslöseknopf für die Kamera und hier oben dann noch den Kopfhöreranschluss und einmal den An-Ausschalter und den Infrarot-Sender. Damit könnt ihr zum Beispiel auch euren Fernseher steuern, indem ihr ganz einfach über die integrierte App dann eben den Fernseher einrichtet und darüber könnt ihr euch dann wirklich euer komplettes Home-Entertainment steuern. Hinten haben wir dann, wie gesagt, die Ultra-Megapixel-Kamera, vermutlich das ist die Antenne, diese Kunststoffstreifen, dass man ja auch hier eben guten Empfang hat, noch den Glitz und unten, wie gesagt, das Beats-Audio-Logo, denn auch natürlich die Beats-Technik ist hier integriert. Ja, dann habe ich oben fast vergessen die Stereo-Lautsprecher oben und unten mit dem HTC-Boom-Sound, die natürlich auch nicht fehlen dürfen. Ja, das war es erstmal von dem HTC One und von dem Unboxing. Im Vergleich zum Nexus 4 kann man sagen, dass die Geräte... Natürlich ist das HTC One ein wenig hier gebogen, aber an der dicksten Stelle ist es ja dann eigentlich fast zu dick, schon wie das Nexus 4, muss man sagen, aber durch die geschwungene Form liegt es natürlich, finde ich, irgendwie besser in der Hand als das Nexus 4. Das Nexus 4 ist dann schon ein wenig kantig und das HTC One kann man wirklich so schön umfassen und durch die gebogene Form liegt das auch wirklich ziemlich gut in der Hand. Ja, das war es erstmal vom HTC One. Wir melden uns noch mit einem Testvideo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!